Hallo Leute! Hallo! Hallo! Wir reden alle dazwischen. Hallo! Hallo! Wir haben hier gesucht um sie zu finden. Hallo! Wir haben neue Wochen. Und dabei sind auch Leute, die mindestens genauso super sind. Und zwar Maxi, Goro, Schaschlik, Schorsch, Daou, Nefi, Juli, Kundran und wie heißt der andere Lapp nochmal? Schaschlik, Schorsch. Du bist Schaschlik, Schorsch. Hey, 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 was ist aber ein bisschen ... Hey, hey, hey. Besser als die gleiche Standard-Einleitung. Keiner hat um neue Waffen. Nein. Das sind Markenzeichen. Das sind keine Standard-Einleitung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde TTT. Richtig, ja. Authentisch. Hallo! Wenn jemand mit der Sword of abgeknallt wird, ist das Goro. Alles klar, wenn ich dich mit der Sword of abgeknallt bin ich's. Wenn ich dich schubse, bin ich's. Ah, scheiße. Aua, ich wollte McFly schubsen grad. Oh, okay. Oh, 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 was für ne Kombi. Oh, 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 oh. Der Schorsch. Was macht ihr? Abdehnen, good gaming. Der Schorsch tut. Oh Gott, was hat's passiert? Es sind schon wieder Dinge geschehen. Ich hab was gesehen, ey. Ich hab da hingeguckt, weil ich guck gerade, wer da ... Du hast deine ganze Faust nicht bewegt, ne Stunde. Der hab ich auch nicht. Okay, Nephi ist das. Okay, Nephi ist das. Nein, ich kenn's nicht. Nephi ist das. Ich bin Indo. Nephi ist für mich der Verdächtigste von denen. Hol ne Golden Diegel, schieß mich ab. Hol ne normale Diegel, schieß dich ab. Verdächtigste. Ja, mach auch. Verdächtigen. Das ist Sparta. Ach nee, warte kurz. Oh Gott. Was machst du mit ihm? Was machst du hier? Stehe auf deiner Liste. Wer liegt denn hier? Iguro, oder was? Ah ja. Na. Kann man den da dran machen? Ne. Klar, das funktioniert, ne? Warum fragst du, wer der liegt? Im Endeffekt, wenn er schon ... Wer liegt denn hier? Ja, ich hab da ne Leiche liegen sehen, aber ich hab den Namen noch nicht gesehen. Au. Ah, das tat weh. Hallo. Aua. Aua. Da ist einer gestorben. Ich mag den Fahrstuhl nicht. Er kann nicht mit dem Fahrstuhl umgehen. Vor allem, ich bin runtergefahren. Er ist vom Fahrstuhl gestolpert. Ist umgelaufen. Ist Nefis jetzt eigentlich? Nein. Er hat mich geschossen. Ich hab auch Schaden bekommen. Oh, das war knapp. Der Fahrstuhl ist echt gefährlich. Hattest du ein Messer, Kunrad? Hä? Was siehst du für Geschwister? Die Scheiße. Die ganze Zeit schon die Negev in der Hand. Nichtsicher. Was? Ich hab doch gesagt, wir haben neue Waffen. Die ist nicht neu. Die Negev hatten wir noch nicht drin. Doch. Nein, die ist neu. Die Negev ist nicht neu. Die hattet ihr vielleicht früher mal. Das Glücksrad entscheidet. Oh Gott, fast wär's Kunrad geworden. Du meinst die 5 Glücksräder. Echt? Ich bin hier... Achtung! Weg da! Oh! 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 Was ist das? Ich glaub, er wurde geslackt. Ne war es nicht, aber... Nee, ne war es nicht, aber er wurde geslackt. Ah, er wurde geslackt. Oh! Er ist gegenwiegef... Weiß ich nicht. Ehhhhh... Wie ist denn das? Was passiert da? Ah, Kondran steht schon hinter mir. Wie immer. Ich hab, nein, nein, ich habe rechte Maus genommen, nicht linke. Kondran eskaliert. Du hast doch eindeutig den Sound gehört für Fallschaden. Ja, er war Fallschaden. Ja, aber er stand danach, auf jeden Fall, du wurdest getötet von der amerikanischen Rolle. Das heißt, du hast mich aufhört. Oh, ein Schuss, Mensch. Dass mir der Kill noch zugerechnet wurde. Was schubst du mir? Ich hätte nicht gedacht, dass du noch nicht im Chat stehst danach. Ja, ich auch nicht. Weil du bist dann noch gelandet und dahin und dann hast du da noch irgendwas gemacht. Und dann bist du gestorben. Zwei Minuten später. Das hat mich berührt, das hat sich das Spiel gemacht. Fahr doch nicht in den Fahrstuhl, Jelle. Nicht dazu. Oh, oh, nee, wie. Ich hab ein Problem. Noch ein Problem, hier. Noch ein Problem. Ich hab Insti auf jemanden gebrochen. Warst du dahinter, Dalu? Ja. War schon wieder Nils. Wir sollten die Fahrstühle einfach in die Rolle lassen. Schorsch, da hat man Identität geklaut, oder? Wer? Hallo, ich bin der Schorsch. Ich bin der neue Schorsch. Was geht? Irgendjemand hat dir Fässer explodieren lassen. Ja, ich hackle Schorsch. Der hackle Schorsch. Der hackle Schorsch. Pieps bei dir Schorsch? Piep 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 piep. Was ist denn das Problem mit dem Fahrstuhl? Was ist denn das Problem mit dem Fahrstuhl? Versuch. Ich hab's versucht. Ich bin ja überlebt. Oh, Dalu. Was hast du vor? Oh. War das knapp, Dalu. Ich zeig's dir mal wieder. Die Sticky Bomb. Ein Steinmännchen. Die Sticky Bomb. Ich wollte sie in der Luft anschießen, damit du ein bisschen die Kurs endest. Oh nein, das Ding geht falsch rum. Die Kurs endest du gedreht. Oh, ist noch nicht. Oh, wer war's? Oh, Spock, Leute. Hey, was ist denn? Der Schorsch. Ja. Der Schorsch. Der Schorsch. Oh, das ist Kun dran, Leute. Und wieder? Kun dran. Er will mich eisen. Er will mich eisen? Er will mich eisen? Eis, Eis, Baby. Mein Gott. Können wir ihn dafür gemeinschaftlich erschießen? Oder Schorsch geht einfach aufs Laufband ein bisschen. Was habt ihr denn gemein? Ja, geht drauf. Wem bübelst du denn immer gern? Keine Golfspieler unter euch. Oh, wer die Moves nicht hat. Bin du schon wieder hier? Ja. Mach dir wieder Fisk oder was, ey? Ich hab so die Moves. Scheiße. Ich hab so die Moves. Goro. Goro. Was ist wenn? Nein, ich stand hier. Das war Maxi. Das war Maxi. Er hat noch irgendwas japanisches geschossen. Ich wollte froh, ob ich springen sonst noch so kann. Goro ist bad. Hey, wer schießt? Georgi hat geschossen und so ist das zweite Mal. Au, ey. Fisk hat mich gehauen. Lass mich gehauen. Ne, Fisk hat auf mich geschossen. Ich hab alle Diener geschlossen. Good Gaming. Good Gaming. Aufsiegen, gut. Was soll das, Junge? Da oben drin, scheiße. Insi. Weg. Das ist weg in Insi. Das ist weg in Insi. Scheiße. Dalo ist gleich tot, Leute. Hey, er ist down, er ist down. Dalo hat auf mich geschossen. Hab ich nicht, du hast auf mich geschossen. Ja, aber das ist doch schon 10 Minuten her. Ja, aber ich hab nur noch 5 HP, du Gaspelose. Wo ist Dalo? Wer hat denn Nils gemacht? Wir holen den Spieler wieder zurück ins Spiel. Ich hab Nils getötet. Weh. Ist das so? Ja. Julie, ich habe das... Lass auf! Oh Gott! Du schuldest mir was, Julie. Aua. Kunran, das ist nicht gut, was hier passiert. Da ist einer gestorben, Julie hinter dir. Das war ich. Ich hab den Traitor getötet. Ich hab den Traitor getötet. Wer hat Dalo getötet? Was soll das denn? Du hattest die Bombe in der Hand. Nein, hatte ich nicht. Ja, und ich hab doch auch die AWP in der Hand. Doch, bei mir hattest du die Bombe in der Hand. Die hatte ich aber nicht in der Hand. Ich hab die AWP in der Hand. Mich hast du auch nicht abgeschossen. Hattest du bei mir echt ne Bombe in der Hand? Hattest du bei mir echt ne Bombe in der Hand? Hattest du bei mir echt ne Bombe in der Hand? Hatte ich aber nicht. Dann war das so facher. Hat das einer grad gesehen, ey. Die random kills. Das war mega random. Da freut's ich. Du hattest von mir die Bombe auf einmal in der Hand. Da kann ich auch nix für. Und ich hab ne Disco reingeworfen. Eine Flamme kam entgegengeflogen. Ey, ich kann nicht mehr aufstehen. Auf gleichem Kopf hängt so drunter. Hilfe schieben. Dann hab ich jetzt die Brand in der Hand. Dann hab ich das richtig gesehen. Oder die Schiffwaffe. Ne, du hast von mir die Sniper. Ich hab dich gerettet. Komisch gerettet. Oh, ich muss auf die andere Seite. Check your booty. Komm, geh auf die andere Seite und wir gehen gleichzeitig drauf. Es kann nur einer die Leiter erwischen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Es kann nur einer an die Leiter hüpfen. Weil das geht ja gleichzeitig nicht. Es kann nur eine. Nur eine. Warte, ich komm. Okay, auf drei. Einfach nur drauf gehen und runter rennen. Also mit W, ja? Oh, oh. Eins, zwei, drei. Vorsicht, Filzit. Ja, ja. Oh, oh. Da Luis, ihr seid besser. Da wird ein Messer. Nils geht in die andere Richtung. Schau mal. Wieso? Was ist das Nils? Nils schießt. Nils schießt. Hey, wer schießt auf Goro? Nifi schießt. Nifi schießt? Ich wusste schon, dass du sowas vorhast. Du hast auf die Fässer aktiviert, du. Das war schnell. Ich hab das ein Snipe genutzt, Nils. Damit du da einfach nur an den Fallen wärst. Warum steht unten links im Chat jetzt immer, dass ich vom Goro bei erledigt wurde? Das hält ja nicht ewig. Hab zu früh. Das ist neu. Aber das wär doch richtig gut gewesen, ey. Das wär gut gewesen, ey. Aber die ist auf einmal rückwärts, ich hab das auch gerannt. Achso, das Ding hat einer rumgedreht. Ja, okay. Das war gut. Das ist neu, aber dann sieht man auch. Achso, ich hab die Laufbänder umdrehen lassen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Nils war eingefroren auf dem Ding, der wär in den Häcksler gestürzt. Ja, das wusste ich ja nicht. Da stürzt der Nils. Da stürzt der Nils. Ja, wo fliegt er denn hin? Okay, jetzt mal bin ich ja nicht Trailer. Kann noch einer die Leiter stattfinden, ja? Oh, ich sehe was passiert. Wir müssen gleich drauf und dann mit runterrennen und alles, ja? Also mit, okay, warte, du siehst mit dir. Ja, ich seh dich. Ich komm auch. Wollen wir mich schon mal warm? Ich ho... Was habt ihr vor? Oh, was war das? Achso. Okay, eine andere muss aber ziehen wegen Delay. McFly, du bist Detective. Ah! Oh! Was ist passiert? Okay. Bis später. Drei, zwei, eins, go! Oh, oh, drei Leute! Geh weg von der Leiter! Nein! Nein! Oh! Was ist es? Gar nicht, Mann! Ey, Leute! Hallo! Jetzt nicht! Was denn? Juli hat mich auf 17 runtergeschossen. Auf Rute Heulen. Ey, dafür mach ich das. Oh, Mann, ey. Wie viele Tote haben wir jetzt? Zwei. Zwei, ja. Das ist mal zwei Innos. Juli! Juli! WhatsApp ist jetzt tot. Hey Juli! Dann ist der ein Noob. Conan ist der andere. Ja, ist er! Hä? Katze jagt die Maus. Ah. Die Necif ist übrigens zu OP. Oh? Die Necif ist zu krass, Alter. Die sollten wir verbieten, ey. Aua, 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 weg. Hör auf. Jetzt brennt's in dem Zimmer. Ich glaube, ich sollte brennen, aber... Passt mir auch. Na, wo steckst du, Fisk? Ich steh hier eigentlich ziemlich offensichtlich rum. Und schon die ganze Runde. Ah, hey. Wuhu. Sehr gut mit der Shotgun. Oh Gott. Nein. Noi. Verdammt, wie konntest du das überleben, ey. Ich geh rochen. Ja. Ja, von Fisk ist aber auch stark. Ja, aber... Die Negev schießt so schnell und haut so schnell Damage raus, Alter. Ich hab nicht mehr... Ich dachte einfach... Was war das denn? Ey, bevor ich überhaupt reagieren konnte, hab ich schon drei Schüsse von der Negev gehört und war tot, Alter. Ich hab auch schon... Ich war doch schon ziemlich verletzt. Ja. Die will ich nicht. Aber auch davor die Runde war das... War da aber irgendwie selten zu sein, oder? Also ich seh sie nicht. Zwei Stück hab ich bis jetzt auf dem M4-Watts gesehen. Wahrscheinlich einfach nur im Nahklappen, Bruder. Alter, au. Das... Oh nee, Fie, oh nee. Ich geh mal weg. Oh. Das war knapp. Aber Geschichte. Das ist Nils, das ist ein Baby. Und da war es nämlich gar keine Diebel. Nee. Nee. Um das klarzustellen. Fias. Hier ist die Negev, ist sie jetzt verboten? Ich hatte davor schon nen Diebel. Komm Nils, du bist es so. Nils hat geschossen, jetzt schieß ich mit der Negev. Nils hat geschossen. Haut ihn. Mach ich ihn tot. Tot. Klar, ich schieß ihn einmal kurz an. Okay, aber nur einmal kurz. Oh oh. Ich darf zurückschießen. Nils, oh, ihr sollt ja weggehen. Boah. Weil ich ne Disco geworfen hab und ihr wart beide an der Klippe. Das war ein bisschen ungünstig. Ha, Nils. Aha. Blub, blub. Das hab ich ja wohl genau gesehen, was du vorhattest. Ja, Fisk, Traitor-Item nachgelesen, was das so macht. Hi, ey. Du kennst das hier schön am Shoppen. Ja, er sagt nix. Cool, Fisk ist es, Alter. Er hat grad die Traitor-Falle gelesen, ey. Oh, nee. Nee, nee, nee. Du hast hier voll die Traitor-Falle nachgelesen. Er hat schon so verdächtigt, dass er hier hingelaufen ist. Ja, und er stand dann, und dann stand er hier so. Er ist hier weg. Schubst hab ich dich. Na? Was? Und du hast bestimmt den Detail-Target, oder? Ey, komm von Go! Ja, ja, kann auch nicht. Den Detail-Target. Ha, ha. Erst mal Fade kaufen, warte. Komm, ich gucke. Cool, dann kann er nicht mehr eskalieren. Oh, Granz, ich hau ab! Warum was? Nein! Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Lebst du noch? Klar. Nee, er lebt nicht mehr. Hallo? Wieso bist du abgehauen? Du bist sowas von Traitor-Fisk. Die beiden Traitor sind Fisk und Nils. Ja, ich glaub's. Nein, Goro ist einer davon und Goro will schießen. Jetzt. Jetzt gleich bestimmt. Er will schießen. Nils, lebst du noch? Kommst du einfach mal so leise. Nein, nein, nein. Na? Nee, oder? Aufgestürzt, in die Fleischerei. Nils, gehen wir gleich noch confirm hier. Soll ich nochmal auf dich schießen, Goro? Nein, ich muss Nils confirm. Wieso hast du dich getötet? Den mach ich jetzt. Zwei-Fly-Bombe angeplantet oder was? Ja, hat er. Jeps, jeps. Guck mal näher ihn an, Nephi. Halt, warte mal, bekomm mal den Schaden, wenn man da runterspricht. Hallo, Dalu. Hallo, Drew. Ich weiß, warum ich schon hurt bin. Nicht angeschossen worden ist vielleicht so. Vielleicht bist du auch von der Leiter gefallen, wo du gestolpert bist. Oh, man schießt. Ey, Ninja-Sterne hast du in der Hand. Hey, guck, 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 guck. Na, du, ehrlich, ich wollen beschossen, als wir hier oben waren beim Laufbahn. Man nennt mich auch Naruto. Naruto? Naruto. Da. Da ist Kundran. Ja. Nee, nee, Fisk ist es auf jeden Fall. Ja. Bin mir ja auch relativ sicher, dass Fisk es ist. Oder sag mal zwei, Juli, was ist das? Nein. Kundran hat mich die ganze Zeit. Ja, weil du es bist. Ja, ich nicht. Ich habe einen Shotgun. Du weißt gerade, dass du auch hier warst. Juli, sag mal. Vielleicht ist Maxi, der chillt da oben so. Irgendeiner hat mich angeschossen. Ja, mir der Farmer ist. Du musstest das gesehen haben. Bist du ein dickes Kind. Ich habe es nicht gesehen. Aber ich habe einen Shotgun. Ist Kind? Ja, Maxi. Ja, Maxi. Ja, Maxi. Ja, Maxi. Du bist so ruhig gerade. Jetzt komm, 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 komm. Oh, ich war zu spät. Oh, ey, angejumpft hat er mich ins Gesicht. Hast du da noch? Hast du da noch? Hätte ja auch wehtun können. Dickeling, schickeling, schickeling. KURURUR! Ey, Kundran hat dir denn die Technik gekillt. Das war von da drüben. Kundran. Doch, doch, Kundran ist es. Goro hat den anderen getötet. Kundran war alleine mit der Technik-Leiche. Goro, hast du einfach den Dall? War ja gar nicht. Nee, nee, nee. Wir sind beide gesprungen. Er hatte nur keine Kraft mehr in den Fingern. Hä? No DNA? Sieh, da habe ich gerade Glück gehabt, dass du ihn nicht gekillt hast. Okay. Oh. Aber jetzt zieht so ein Schaf. Komm da, du bestämt zusammen. Ja, ja. Du. Du holst ein Item raus. Richtig ist. Das ist kein Item, Juli. Du hast den abgeknallt. Du hast die Orb von ihm nicht aufheben können. Das wollte ich überhaupt nicht haben. Boah, haben wir Fisk jetzt schon getötet eigentlich? Nee, leider nicht. Guck mal, Nephi bei Detective hat gesagt, es ist Fisk. Oh Gott. Ist ja wohl klar, was jetzt ist, oder? Ich habe gerade Grans getötet. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ja, und wer ist Grans? Ja, ist er. Und was hat Fisk in der Zeit gemacht? Warte, Schorsch. Ich habe doch mitgeschossen. Boah, er hat einmal auf mich geschossen, aber nicht getroffen. Okay. Ja, Fisk, na? Ja, ich, was? Ja, der Detective hat gesagt, du bist es. Welcher Detective denn? Der, der tot ist. Der, der tot ist. Der, der tot ist. Es ist Fisk, Leute. Goro ist ein Medium, musst du wissen. Er kann mit den Toten sein. Oh, Fail, Mann. Mann. Ich sag's doch. Und er hat die Traitor-Falle nachgelesen oben. Hab ich nicht. Hast du wo? Hab ich nicht. Check the fucking tapes. Du standest vor lange hier auch das auf den Finger geguckt. Ja, du hast das noch den Grünsel-Übersetz reingegeben. Ich war am shoppen und nicht ab. Ja, noch schlimmer. Ja, noch schlimmer. Dann hast du ja sogar in die falsche Richtung geguckt dabei. Jetzt hat's mich erwischt. Was denn? Was denn? Was denn? Katapitiere dich da raus. Oh, Scheiß. Schadstix, Schadstix und Juli, ey. Ja. Es geht zu Ende mit uns. Ist das deine letzte Folge, Fisk? Nicht noch mal. Wieso? Doch noch. Wenn's wer anderes gewesen will, dass... Goro. Sondan, komm mal her. Fisk. Komm mal her. Torsch, wir sind die Hinterbliebenen. Okay. Ja, ich hab gerade eingekwächt. Ey, bist du bescheuert? Ich hab an dir vorbeigeschossen. Wer hat auf mich geschossen hier gerade? Ich darf ja wohl fragen, ob du bescheuert bist. Ey, Juli, hier ist Schneider Blut. Hallo. Ach, Nils, du wurd bescheuert. Es ist Koro. Fahrschule eingekwächt. Die anderen werden entschärfen. Ja, Leute. Boah, was war das? Boah, Dalu. Dalu mit nem Explosion. Achso. Das war krass egal. Das war krass knapp vor allem. Das war krass knapp, ey. Krase Geschichte. Oh, Heilige auf dem Plan. Ah, Heilige auf dem Plan. Hat Nils wieder versucht mit dem Fahrstuhl zu fahren, ja? Ich dachte, Goro ist es. Ne, Nefi lebt auch noch. Ja, ich lebe noch. Ah. Die ganzen Disco. Hey. Es hat gerade kurz geleckt. Was wird benutzt? Tanz, McFly, tanz. Aha. Weg vom Laufband. Wieso, was passiert hat? Oh, okay. Danke, Dalu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ist er tot? Ist er tot? Was war das denn, Dalu? Das ist mal knapp, Goro. Ach, was? Was war das, Dalu? Hast du Flopper unten noch was? Flopper? Ne, einfach nur, wenn du auf dem Laufband springst, fliegst du halt hoch. Das sah voll krass aus. Goro, ist es da oben so? Ne, nochmal, jetzt durchs Feuer. Der Feuerring. Schieß mal auf ihn. Eins Schuss, Juli, mit der Shotgun. Ja. Oh, 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 oh Gott. Dürfte nicht reißen. Mach mal. Ne, ne, ne. Wie das aussieht immer. Von hier, wie hoch ist die Chance? Ich will kein Minus-Gama. Warum? Gama? Gama. Jeder von euch kann ja einmal mit der Shotgun schießen. Ja, Juli, gib mir die Shotgun kurz. Ich hab keinen Shotgun. Ich hab Barretta. Ich schieß auch mit der Barretta hier. Okay. Nicht getroffen. Nein, ich hab ne Sniper geklaut. Ich hab ein bisschen Angst hier unten beim Häcksler rum. Der hat die geklaut. Nein, die liegt hier. Na, ne, doch. Da liegt die Farmers. Da liegt die Farmers. Warte, ich schieß einmal auf Goro, sagt er. Nein, mit der Shotgun. Mit der Shotgun. Warte, ich versuch mit der Shotgun. Oh Gott, der kommt doch nicht von mir! Der hat geschlossen! Da! Da! Du warst das. Ich hab keine Shotgun, Goro. Ja, aber ich hab. Warte mal, bleib mal stehen. Nein, ey. Der kann ja auch mit so einem Maschinengewehr aufschießen oder nicht. Der macht Friendship oder so'n Shit, ey. Ey, wie? Er hat wirklich geschossen, ey. Und? Hab ich getroffen? Mich nicht, aber Fisk. Fisk. Der wird scharf geschossen. Deswegen hat Fisk doch so geschrien. Wo ist der Fisk? Fisk ist es doch da oben, der snipert schon wieder rum. Oh Gott! Ohhhh! 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 Weggefetzt ist er! Ohhhh! Ohhhh! Du hast doch gehört, was passiert! Oh mein Gott! Ja! Du kannst doch auch einfach woanders hinspringen! ... Da ruck ich da hier so raus! Ich hab noch abgebogen! Alleiner springt rein, mein D-Eck, weißt du, Nefi? Ja, kann auch das vierte Mal noch in die andere springen! Ja, was ist denn los, Granz? Jetzt hast du noch nicht geschossen. Ich habe ja auch einen Sniper, ich will dich nicht töten. Wo ist jetzt mein Shopgun hin? Du wärst schon so lange tot, ich dich trotz sehen würde. Alter, der hat eine andere Waffe gewählt. Leute, ich sage, es sind Julie und Kundran. Nein, ich hätte zu uns schon was gemacht. Ja, gerade deswegen, ja. Julie und Kundran. Julie rastet doch immer sonst wie aus. Immer direkt. Das ist der Shorshi, der Shorshi, es ist für mich schießen. Ich hätte Goro schon längst gebochen. Hey, na endlich. Was ist passiert? Wurde Goro? Ich wurde angeschossen. Von Shorsh! Von Shorsh oder von McFly dann? McFly unten, ich habe nur noch 18, Hilfe. McFly unten vor dem Sniper. Ich habe ihn, ich habe ihn weggesnipert. Goro hat ihn. Nein, ich habe ihn gesnipert. Goro hat ihn. Ja, ja. McFly hat dich getötet. Oh. Ja, guck mal. Nice. Piu. Aber ich habe zurückgeschossen. Wunderbar. Ich habe dich keinmal getroffen. Wie bin ich denn gestorben gerade? Baby. Absoluter Aim bei mir. Aim-Bot, ja. Guck mal die schwarzen Tufte auf der Rache. Ja. Boing. Boing. Letzte Runde. Last round. Last round. Endlich. Ist nicht so deine Map, Nils? Kack mit. Weil ich den Kill an Nils nicht mal bekommen habe, weil er sich da wirklich zerquetschen hat. Du bist wieder unter den Dingens rumgerannt. Also in deiner Leiche stand auch, du wurdest zerquetscht. Ich hatte dich ja als Tage. Ich dachte schon, was meint die Penner? Die sollen mal von Fakes nachgucken. Was meint die Penner? Die Penner. Nee, nee, nix Penner. Da stand drin, dass du zerquetscht wurdest. Und deswegen voll geärgert. Oh. Autsch. Wow, das war so knapp gut. Dalo, was ist eigentlich mit deinem Karma los, Alter? Geh mal weg, geh mal weg. 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 Einmal random kill Dalo und dann... Ich wollt grad sagen, jetzt macht er gar kein damage, wenn er jetzt Traitor ist. Guck. Ich dachte, du packst wieder nen Sniper aus. Ich dachte, du passt wieder mal nicht auf. Das würde aber so passen, ja. Du weißt, jedes Mal, wenn ich mit der AWP snipe, bist du hinter mir, ey. Richtig. Die ganze Map haben die Traitor halt erst kurz vor Ende angefangen, irgendwas zu tun. Ja. 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 Und in der Zeit... In der Zeit hat der Deta halt alle Inno's gekillt. Oh, okay. Ja, aber haben wir trotzdem verloren. Wer hat da ne Insel drauf? Ich konnte ja nichts machen, weil Kundran mich die ganze Zeit gestalkt hat. Oh, Friendship auf mich! Oh, Friendship! Warte, warte. Wer ist hier reingerannt? Ich bin hier drin. Ich glaub, McFly war das, oder? Nee, das war eigentlich vorher. Auch McFly ist da reingerannt. McFly war da. Nee, ich war doch derzeit da drinnen. Runterschorsch. Ja, Kundran war das. Nein, ich hab doch grad McFly verraten. Was soll das denn? Was soll das denn? Kundran war's. Wollen wir ihn machen, Kundran? Hey, warte. Kundran war's, dann könnt ihr bei euch stehen, hier. Einer von euch beiden muss es sein. Neben Schorsch liegt auf jeden Fall der Deta-Hut. Ja, denkt mir auch grade. Ja, deswegen bewege ich mich auch so doll, weil ich sonst nichts sehe. Weil der Luke hat ja nicht gemacht. Absolut auch. Ja, aber der Friendship war doch hier grade bei mir. Nein! Oh! Oh, ich weiß nicht, Schorsch! Wo ist er? Hä? Da haben wir stehen im Chat. Ich hab sie nicht gerafft. Okay. Gut. Ja, McFly ist dann der andere. Ja. Maxi, Julia... Ich hab doch grade einen Schorschling geschossen! Okay, nee, dann ist es Kundran. Oder Nils? Nils ist es. Oder du. Nee, nee. Auf mich wurde der Friendship gezündet. Vielleicht hast du sie selber auf dich geschossen? Was ist mit Fisk? Nee, ich war drinnen, grade im Raum, als es auf mich losging. Und Dalu ist halt auch reingerannt. Wie eigentlich? Nils? Mit Julie. Ist hier verdächtig hinter Maxi? Ja, ich beobachte ihn. Hier Steam. Ja, genau beobachte ihn. Ist das eigentlich so ein Fisk? Weil die gerade den Traitor erschossen haben. Ist das eigentlich so ein Fisk? Ach, Jig. Eigentlich, ja. Ach, Jig. Eigentlich, ja. Ja, hast du. Das reicht. Okay. Bzw. die Waffe stimmt überein. Ja, genau deswegen. Ja. Julie. Ja. Schöner Schuss, Nephi. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.